hm ja ich guck, eyy guck nach oben ich guck nach oben ja, ja oh, oh, ah, ah, ah ja, ja genau ach, easy für dich ja ist alles püche also, die haben die echt gut gemacht Textur kann das eine Memme sein du weißt nicht, wie es ist aber du kannst einen super moonwalk auf jeden Fall, ohne deine Beine zu bewegen an der Mauer lang zu gehen, ist schon eine Kunst ja, out of my way zumindest hattest du eben keine Animation bei mir oh, na gut, ja, war geplant natürlich natürlich March 1887 gentlemen the latest gauntlet tests have been very encouraging and I appreciate your hard work and dedication to the cause however, I must insist we continue to put a high priority on security under no circumstances should tests be performed in the field everything must be kept top secret our enemies must not see the fruits of our research until we can wield it against them otherwise we risk exposing ourselves to great danger the safety of the entire world is at stake the safety of the entire world is at stake Hauptsache, der Hunderttitel ist erstmal mitten im Bild ja, ist halt wirklich so hier geht's nicht mehr? ja, nee, okay ja, sehr gut der lag nur Geld, das hab ich ihm aufgehoben hm pf, hör uns an wie so'n Christbaum ist halt wirklich so zum Kreuzritter oh, will ich hier runter? Eigentlich nicht, ne? mh, nee da war auch nicht da gibt's ja irgendwas äh Scheiße was da passiert? oh da ist ein Weg da ist ein Weg vielleicht gehen wir doch da hin, wo du warst ne, aber da geht's hier wieder zurück, oder nicht? ich geh jetzt hier runter ok, mach aha was? aha ja ich hab das Geld gerochen ok, also die Wege, die du allein gehen kannst da ist immer der optionale Weg ok, oder irgendwie sowas so wird der hier wahrscheinlich jetzt gerade wir sind fast am Ende und wir haben's jetzt endlich verstanden oh ach so also einer, man musste hier lang erstmal hm weil hier ist nämlich auch wieder so'n Batterieding für das nächste ah ja ah ja für die nächste Lunte hier da oben da oben, da oben ok, das heißt da muss ich muss ich hier hoch wieder ja hier ist das erste ok und dann hier rum, oder nicht? ne, hier rum ist nix ok ok du, das erste ja, ich dachte, dass er drüben wird der erste wirst du mir nicht wieder hinten hin komme ähm ähm shit hm ah, hier kann ich wieder hoch da kannst du hoch, ja aber du also ich bin da auch rumgelaufen, aber ich komme da nicht hin oh und ich bin ne Zeit lang nicht weitergelaufen, ne aber ach oh Gott ja doch, natürlich ähm, da wo du eben warst, ist der Seilrutsche darüber what? ja, ich, äh, ich guck mal, ob ich das gerade schaff was ist der Seilrutsche? hier hier ach hier, oh lol da habe ich aber auch nicht gesehen ne äh, wo ist er, da gut, dann gut 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 lol also ja ja, dass das Word ist aber auch ein bisschen merkwürdig weil dann nirgends so Elektro-Dinge angeschlossen sind naja wir kämpfen hier gegen Vampire willst du jetzt echt mit Realismus kommen? ja, okay ja, siehste, hätte auch Röhnangst easy pfui ach what? ja genau okay, natürlich das war's ach, davor kann ich auch einfach mal anziehen dann haha, das ist ja einfach dann ja eben gut das war's easy schade, kein Geld das hätte das sein können ja ja das ist ja immer mit seiner fetten Hand irgendwo hängen bleibt ach ja, mach mal ja ach so ach wir gucken nach links das ist ja eine Mämme, oder? du kennst das nicht, wenn du Höhnangst hast, dann ist das also mhm ja bei GTA scheißegal echt? bei Dying Light holy shit echt? bei Dying Light? da hab ich absolute Probleme in Dying Light 1 musstest du auf so einen Damm das war so eine Brücke mit so einem Damm ja ich musste fast abbrechen hm es ging nicht es war mir zu hoch ach ja mhm Mr. Jesse over here let me guess it ain't working the whole damn thing froze up holy hell we've got company mein Gott schrei doch nicht so rum du voll Idiot ok wir wollen nicht gehen ja sehr gut oh hinter dir ja vor dir wie wärst du da mit? oh nicht schlimm ach Gott ach da sind wieder ein paar Maulwürfe ja nicht nur die drei ach tief nach 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 Oh, wow! Oh, that's better. Ow! Goddammit! Let me in like you folks! Let me in like you guys! Hm. Gleich keine Energie mehr. Du? Ja. Hm, gut. Ein Maulwurf weniger. Nein. Da hab ich kurz diese eine Attacke gemacht, das ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, ey. Oh, der hat noch fast Vollenergie so da. Oh. Hm. Hm? Goddammit, that hurt! Let me in like you folks! Ich muss irgendwas töten. Hm. Ja, scheiße. Das war zu spät, ich bin tot. Dankeschön! Ja. Ja. Der ist grad mega konzentriert. Ja. Ja. Nein, der ist echt nicht feierbar ja gerade. Okay, der ist auch weg. Also Digi, los geht's. Ja. Ja. Da hast du mir noch neue Gegner da. Ja. Das ist gut, dann bekomme ich wieder ein bisschen Lebensenergie zurück. Okay. Ich hab halt die ganze Zeit einfach nicht so gegnern. Und Monster. Und die muss immer... Oh. Oh. Boah. Holy shit. Okay. 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 Hm. Holy shit. Ich bin down. Das war too much. Dankeschön. Da war's jetzt sogar. Höh? Höh? Boah. Boah. Ja, da stehen wir mit, wenn du halt den... Beziehungsweise die Steuerkosten umdrückst. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ja. Das macht guten Damage. Gerade durch diese Fähigkeit, weil wir halt drei Ladungen schmeißen. Ja. Das ist doch mal eine ganz andere Story. Ja, das kann ich noch nicht. Ich hab immer nur eine bisher noch. Ja, ich kann halt nicht. Eine da gucken. Das zieht ordentlich. Weg mit dem... Tschüss. Alter. Ich seh nur vom Bein, wie du den... ...diese Winchester ins Maul steckst und abdrückst. Puuu....